Ich bin jetzt zum dritten Mal in Thailand und zweimal habe ich es davon geschafft, eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Unter anderem vorgestern. Und in diesem Video nehme ich euch jetzt einfach mal einen Tag mit und erzähle euch ein bisschen, worauf ihr achten solltet, damit euch das nicht passiert. Weil im Urlaub zu sein und eine schöne Lebensmittelvergiftung zu bekommen, das ist echt nicht schön und das wünsche ich auch keinem. Viel Spaß mit dem Video, ich zeige euch jetzt kurz noch hier den Ausblick. Einfach crazy wie die Sonne hier runterballert, das ist so, so warm, aber schaut euch diesen wundervollen Ausblick an. Bevor ich es vergesse, möchte ich noch zwei neue Kanalmitglieder willkommen heißen. Es ist einfach total krass, Vanessa ist einfach Generalin, Danja ist Materin, Materin, Materin und ich werde hier gefilmt. Servus. Servus. Ey, vielen Dank für den krassen Support, ich bin euch da echt mega dankbar. Vanessa und Danja, Wahnsinn. Was machen wir jetzt Schönes? So Freunde, wir haben uns jetzt gerade eben fertig gemacht. Heute gehen wir endlich mal aus der Villa raus und zwar geht es jetzt erstmal ein bisschen was essen und dann vielleicht noch Minigolf spielen. Oh, stimmt. Je nachdem, was die Zeit sagt, also ob wir noch genug Zeit haben, aber heute gibt es mal ein bisschen was Neues zu sehen, endlich mal. Na hoffentlich. Hast du ein Taxi bestellt? Ja. Sehr gut, wie macht man das am besten in Thailand? Naja, du gehst einfach in die App rein. Welche App, wie heißt die denn? Grab. Okay, schau. Und hier? Das ist wie Uber eigentlich. Ja, ist eigentlich wie Uber und da kannst du auch Essen bestellen, kannst du alles mögliche bestellen. Also wenn ihr in Thailand seid, würde ich euch echt die App Grab mal empfehlen. Ja. Ohne Scheiß, Leute, das ist hier einfach so ein Luxus. Wir haben so eine nette Hausdame, die uns einfach immer die Wäsche wäscht und zusammenlegt, schön aufhängt. Den Müll wegräumt. Wenn wir Essen bestellt haben, also das ist schon echt purer Luxus. Leon, wie fandest du letztes Jahr unsere Lebensmittelvergiftung? Schon toll. Kört einfach dazu. Wir sind jetzt gefühlt im Nirgendwo gelandet und gehen jetzt hier irgendwo essen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier unten ausschaut. Ich habe auf jeden Fall extremen Kohldampf. Ich habe gestern fast nichts Gescheites gegessen. Also doch schon, aber es ist alles wieder raus. Heute bleibt hoffentlich alles drin. Okay, das sieht echt geil aus hier. Auf jeden Fall geiler Ausblick hier. Die Sonne knallt halt mega runter. Aber das ist schön. Hier gehen wir später wahrscheinlich Minigolf spielen. Das ist so ein Dinosaurierpark. Da freue ich mich auch schon drauf. Der bewegt sich sogar, der Kleine. So, hier gehen wir jetzt endlich mal was essen. Die zwei anderen Locations, wo wir gerade waren, die waren zwar sehr schön, aber da konntest du einfach nichts essen. Und hier gibt es jetzt hoffentlich mal was zu essen. Wo bleiben meine Freunde? Ach, falscher Eingang. Hups. Okay, ich war doch richtig. Die anderen beiden waren falsch. Und die Frau bringt uns jetzt zu am Tisch. Cooler Weg auf jeden Fall hier. Richtig schön. Meer. Ja, riesen Strand. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus hier. Das ist jetzt 16.46 Uhr und wir haben heute wirklich noch gar nichts gegessen. Ich freue mich so jetzt gleich da drauf. Ich nehme ein Soda-Water und ein Coconut Shake. Kokos-Smell, Schwarzsch, damit ich bin ja nicht in Malibu. Um, für Appetizer, ich nehme ein Chicken Satay. One Chicken Satay, yes, please. And the Rib-Eye Steak, medium. Medium, bro. Yes. For me the Avocado Salad Rose as a starter. Yes, please. And then the T-Bone Steak, please. T-Bone Steak, with the light medium? Yes, medium. So, probieren wir mal, oder? Kokosnuss-Shake. Boah, geil. Richtig nice. Wow, richtig. Sehr schön erfrischend. Mega erfrischend. Richtig geil. Und sieht auch immer richtig schön aus hier in der Kokosnuss. So, Chicken Satay ist da. Da gibt es immer so eine Erdnusssoße dabei und wir probieren mal. Sehr gut. Das habe ich schon vermisst. Das geht einfach immer. Vor allem hat es halt gut Eiweiß. So, das Essen ist jetzt da. Ein schönes Rib-Eye Steak. Probieren wir mal das Steak. Ja. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr, sehr lecker. Schau mal da. Alter, wie krass. Ich kann da voll nah rangehen. Das stört ihn gar nicht. Hat er den jetzt genommen? Ah, der pickt die Kartoffel. Der pickt dann der Kartoffel rum. Die sind mir runtergefallen. Oh, jetzt kommen noch mehr. Jetzt zeigt er einen Freund der Bild. Na komm, schnapp zu. Die schreien jetzt allen. Schaut mal. Hier. Schaut mal hier. Komm. Da. 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 So, wir sind jetzt hier beim Minigolf und wir haben hier sogar leuchtende Bälle. Ich weiß nicht, ob man das auf Kamera sieht, aber ich glaube hier unten, bei denen sieht wir es noch besser. So, Simon, let's go. Verarsche, der springt wieder raus. Wir schauen, ob er es mit drei schafft, auf drei, stark, auf drei, Zera ist auch da, Zera heißt es ja, oder? Hier geht es gleich in eine Höhle rein. Da hinten ist, glaube ich, der T-Rex. So, jetzt geht es hier in die Höhle rein. Oh, die Bahn ist sogar in der Höhle drin. Oh, hier schlüpft gerade ein Dino. Oh, bin ich hier zerschrocken, Alter. Junge, Junge, Alter. Hey, das Ding bewegt sich einfach. Oh, Mann. Digger, ich bin gerade übel erschrocken. Komm, mach nochmal. Oh, nee, Digger. Oh, nee. Komm. Jetzt hast du keinen Bock mehr, oder was? Das ist mit Bewegungsmelder, ja. Leute, die Hitze hier ist noch 100 täglicher, das ist ja möglich. Hier ist Loch Ness. Bist du mit uns noch Bock mehr, das ist so heiß? Servus. Vulkan bricht gleich aus. Sieht schon cool aus. Der Joachim. Der Joachim. Der Joachim. Der Joachim. Der Joachim. Boah, schaut mal, was ist denn das für einer? Ich dachte, eigentlich Maschinen sind schon ausgestorben. Also an sich ist das alles hier ziemlich geil gemacht, aber es ist viel zu warm hier. Ich schwitz wie Sau. Und es sind einfach zu viele Menschen hier, also weiß ich jetzt nicht. So richtig gelohnt hat sich das nicht, aber es sieht alles ziemlich cool aus, muss ich sagen. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Glaubst du, der beißt? Alter, der schaut schon ziemlich krass aus. Alter. Das ist echt krass gemacht. So, wir waren jetzt gerade wieder auf dem Heimweg und uns ist eingefallen, dass wir noch ein paar Getränke brauchen. Wasser und vielleicht noch ein bisschen Cola Zero oder so. Und deswegen halten wir jetzt gerade nochmal an einem 7-11 an. Okay, wir reden jetzt mal über unsere Lebensmittelvergiftung vom letzten Jahr. Leon, wie haben wir die denn bekommen? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Was haben wir denn gegessen? Ja, was wohl? Achso. Und ich habe es nicht gegessen. Deswegen wissen wir auch so sicher, warum oder woher wir diese Lebensmittelvergiftung hatten. Wir haben nämlich beide eine Auster gegessen in dem Restaurant und der Basti hat keine gegessen und uns beide hat es wirklich komplett auseinander genommen. Also uns ging es wirklich richtig, richtig dreckig. Oder? Richtig scheiße, ja. Ich habe die ganze Zeit gekotzt und mir war schlecht. Ja, also ich hatte auch noch extrem Fieber letztes Jahr. Gestern ging es eigentlich. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich meine Lebensmittelvergiftung vorgestern von rohem Lachs bekommen hatte. Ich hatte mir so eine Bowl bestellt. Was hast du denn für Tipps, worauf man achten sollte, wenn man in Thailand ist, damit man keine Lebensmittelvergiftung bekommt? Also, am besten esst dir gar nichts. Wenn ihr jetzt nicht gerade auf einer extremen Diät seid, dann würde ich einfach empfehlen, Fisch wegzulassen. Ja, rohen Fisch. Vor allem rohen Fisch. Lachs. Austern kommt nicht weglassen. Ja. Das ist ganz kritisch. Ich weiß, die haben viel Eiweiß. Die sind gut für die Potenz, aber würde ich kommen nicht weglassen. Und Eier würde ich auch weglassen. Eier, ja. Bei den Eiern hatte der Basti letztes Mal auch Probleme. Vielleicht habe ich auch die Lebensmittelvergiftung von den Eiern. Kann auch sein. Man weiß es natürlich nie genau. Und ich glaube, man muss auch beim Wasser aufpassen. Auch bei den Eiswürfeln. Ja. Immer ohne Eis bestellen. Ja, haben wir heute vergessen. Ja. Wir haben heute mit Eis getrunken. Oh oh. Morgen gleich die nächste Lebensmittelvergiftung. Muss doch schnell trinken, damit man schmilzt. Hast du noch irgendwelche Tipps, worauf sollte man achten? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Fisch weglassen. Also ich glaube, gerade roher Fisch ist das Problem. Ich glaube, durchgegarten Fisch kann man schon essen in Thailand. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass das jetzt so bleibt und die anderen beiden verschont bleiben und ich nicht noch eine Lebensmittelvergiftung bekomme. Und wenn ihr Alkohol trinkt, ganz wichtig, trinkt immer klaren Schnaps. Den sieht er, mag nämlich nicht kommen. Ja. Und jetzt ist es auch schon relativ spät. In Thailand 1.15 Uhr. Wir haben uns jetzt aber tatsächlich noch was zu essen bestellt. Den Burger. Bis der Burger da ist, werde ich jetzt aber nochmal eine Runde live gehen. An dieser Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Abo nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.